Ich begrüße euch zurück zu Let's Play Mormon. Auch ich studiere den Weg des Ninja mit Meister Kurga. Ninja haben eine lange Geschichte mit dem Einsatz von Tieren. Tieren? Du meinst Mormon oder Pokémon? Denn ich habe noch nie ein normales Tier in der Pokémon-Welt gesehen. Ah, da, pok, ah, da. Okay, Zuriya, das ist der richtige Typ für dich. Du benutzt Schaufler, genau. Schaufel dich an. Machen wir noch eine Arena kaputt. Unsere Rechnung ist ja noch nicht hoch genug. Ach, komm schon, das bisschen. Das hätte ich dir meine kleinen Kräfte. Was sagst du jetzt? Das haut dich um was. Und Sand Slash, Sandama. Verdammt, warum habe ich nicht Nodoka angesetzt? Ja, jetzt zu spät. Rockside! Ich fange jetzt immer wieder, dass es nicht effektiv ist. Ah! Wow, Wandersie, Ninja-Sterne? Krass. Dann Schlitzer, auch wenn ich immer noch nicht weiß, womit Diktorie zu Schlitzen. Ähm, Pokémon wechseln. Nodoka, du machst das. Nein, kein Gift! Und Waterpulse. Es ist super effektiv, natürlich. Und noch ein Arbor. Verdammt, ich wünsche, Toto könnte schon ein Erdbeam. Ui, mein Status. Und Waterpulse. Komm, ein Treffer und weg muss es sein. Go, 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 go. Oh, das hat mal wieder nicht ganz gereicht. Jetzt aber. Und Edgar, der wurde besiegt. Au! Was bist du ein Werwolf? Ey, die Trainer der Arena macht mir Angst. Okay, viele sind hier noch außer Koga. Die beiden da. Meister Koga kommt aus einer langen Linie, äh, von Ninjas. Was, wie, wie waren deine Verwandten? Ne, deine Vorfahren. Ja, das waren alles die weltbekannte Murmonds-Trainer, ja? Sean? Und deine Vorfahren? Die konnten Jong-Lyön und sonst nix. Oh. Da hab ich mal wieder vergessen, zu wechseln. Los, Ju. Nein! Nicht nach... Ah, Batele, kein Gas. Ju, du musst leben. Okay, er will. Ace. Mhm. Ja, ja, jetzt werden die Kämpfe schon ein bisschen länger als vorher. Du, 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 du. Hypno. Da tu ich mal lieber wechseln. Ne, dazu mach ich nicht, der kann ja, ja, zu was ja auch ein Gifttyp. Und Hypno ist jetzt aber bestimmt Psychokineser und tötet mich. Also, Nodoka, musst du ran. Äh, 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 äh. Ähm, Waterfalls. Genau. Spüre die perfekte Welle. Mh. Hey, mit eurem blöden Giftattacken. Ah, ich glaube, ich geh mich gleich für den Arena-Kampf lieber nochmal ein bisschen eindecken. Ha, kopflos bringt dir nix. Ich bin stark gepanzert, ja. Jetzt aber, Aquarelle und du bist weggespült. Dumm, dumm. Und Nodoka steigt auf, wie wunderschön. Du bist talentiert, als ich dachte. Na klar, hast du das nicht einmal ne Ausstrahlung gesehen? So. Ne, meine Murmön. Murmön, kommt der. Wir nehmen mich mal. Nodoka an erster Stelle und erst mal das Gift weg. Tschüss, tschüss. Wird schon, dem ich jetzt noch. Bleib hier stehen. Ne, die unsichtbaren Wände frustriert mich nicht. Ich bin ja noch nicht so auf der Gegend gerannt. Übrigens, sagst du mal am Platz da, mir blutst schon der ganze Kopf. Phil. Phil, du musst mir helfen. Ich rette ständig in Wände. Nein, tue ich nicht, ich mach dich jetzt platt, Mann. Ja, Sandama, da hast du halt gelitten, ne? Und, ah, bock. Hart, das bringt dir nichts, denn Aquarell ist eine Spezialattacke. Ja, genauso stelle ich mir das vor, Nodoka. Du erfüllst deinen Trainer mit Stolz. Boah, du hast es drauf. Ja, das hab ich. Aber ich muss erst mal heilen gehen. Ja komm, das muss ich jetzt ertragen, das Gift. Und dafür in einem Hausen, dürfen wir ja nicht rennen. Das wäre ja unhöflich. Das geht ja nicht. Burgmann Center. Schwester Joy, heile mich. Ich brauche dich. Vielen Dank. Ja, jetzt muss ich mir noch ein bisschen einkaufen gehen. Jetzt müsste es doch auch mal langsam Hyperbälle geben, oder? Die wären nämlich echt brauchbar. Ah, Mann. Ich hab keinen Bock außen rumzugehen, also muss ich das Schneider ansetzen. Was ist der Markthaus, wo da hinten versteckt? Eine Schweinerei ist das. Okay. Yeah, ich hab die Hyperbälle. Okay, jetzt haben wir hier. Superdrang. Beleber. Ja, brauche ich mal ein paar von. So vier Stück wären gut. Fullheel. Ja. So acht Stück. Und ein Superschutz. Fünf. Und Ultrabälle. Wie viel nehme ich nochmal? Neun. Fürs Erste. Jo, das wär's erstmal. Ich komme dann später wieder. So, und jetzt geht's zurück in die Arena. Und dieser Baum ist erstaunlich schnell nachgewachsen. Wow, was für Dünger benutzen wir drin. Klingling. Muss ich nicht so viel laufen. Na, na. Aber schauen wir erstmal, was hier drin ist. Oh, Opa mit seiner Familie. Yeah. Hey, Bildspokomodaten auf seinem PC. Ja, hat er mir gezeigt. Und ich hab alles in meinem Pokédex aufgenommen. Oh, du hast mir getroffen. Ja, das ist mein Enkel. Ach, das ist immer gelegt, Sachen zu sammeln, als ein Kind war. Ja, ich weiß. So Schmudelmagazin und so ein Zeug. Ja, der Wächter der Samaritzone ist alt. Aber ist immer noch aktiv. Aber er hat falsche Zähne. Waaah, falsche Zähne. Okay, was haben wir hier? Müsst ihr nicht ein Angler sein? Ne. Oh, ne. Der Attackenfalländer. Nein, 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 nein. Ich bin mit meinen Attacken sehr zufrieden. Aber danke. Vielleicht benötige ich deine Dienste ja irgendwann mal. Aber jetzt erstmal fette Arena-Kampf hier mit Kurga, dem Meister der Ninjas. Okay, hierdurch. Na, wo denn jetzt? Irgendwie bin ich grad ein bisschen doof. Ähm, ah genau, hier. Und im nächsten Video werde ich dann Kurga zum Kampf herausfordern. Bis dann.